Willkommen zu Mischa Kraus Live Sessions live aus dem Studio Badberg. Nach einer langen, langen Pause, die aus diversen Gründen entstanden ist, melden wir uns wieder zurück und bevor die nächste Folge von Live aus dem Studio Badberg Online geht, mit dem Maria Mahr Terzett, habe ich mir gedacht, ich verkürze euch die Wartezeit bis dahin wenigstens mit kleinen Stückchen aus meiner Sammlung, wenn man so will, an Basslinien, die ich so im Laufe der Zeit eingespielt habe und die vielleicht nicht jeder noch kennt, weil es sozusagen nicht in den Hitparaden gelandet ist. Manches schon, manches weniger, manches gar nicht und ab und zu denke ich mir doch vielleicht ein bisschen zu Unrecht. Und anfangen möchte ich mit einem Stück von Andre Heller aus dem Album verwunschen, den Titelsong. Da ist schon die Besetzung erwähnenswert, weil am Klavier war der Peter Wolf, der hat das Lied auch komponiert und am Schlagzeug war der Vinicola Jutta und man wird gleich hören, was das Besondere an diesem Stück ist, nämlich der ausgefuchste Groove oder die ausgefuchste Groove, je nachdem ob man aus Deutschland oder aus Österreich kommt, die der Vini erfunden hat für dieses Stück, nachdem wir doch lange schon herumprobiert haben, was wir mit dem Stück Arrangement technisch tun sollen, ist er mit der Idee von dieser Groove gekommen und dann war es gegessen. Wie man hören wird, muss man doch sehr sattelfest in der 16. Zuordnung sein und ja, hört euch das an. Los geht's! Verwunschen, verwunschen in Dornen, verwunschen in Nägel, verwunschen sind wir. Verwunschen, verwunschen in Kälte, verwunschen in Kälte, verwunschen. Sind wir, du und ich, ich und du? Sind wir, du und ich, ich und du? Bis zum nächsten Mal. Verwunschen, Verwunschen, Enttäuschung verwunschen, in Wehleid verwunschen sind wir. In Ratlosigkeit und in Schweigen verwunschen sind wir, du und ich, ich und du. Sind wir, du und ich, ich und du, ich und du. Ich und du. Ja, das war ein Verwunsch von Andreella, was ich vorher noch vergessen habe. Das Saxophon spielt übrigens Harry Sockerl. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal oder gebt mir einen Daumen hoch. Danke.